Einen wunderschönen guten Morgen! Während ich von unterwegs und von zu Hause aus nur am iPad arbeite, ist im Büro der Mac mein Dreh- und Angelpunkt. Es ist gewissermaßen die Sonne, um die alles kreist. Der M2 Mac Mini, der war zum Jahresbeginn für mich die perfekte Entscheidung. Um diesen kleinen Computer, da tummeln sich jedoch iPads. In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Aufgaben. Die Jobs dieser iPads, die würde ich heute gerne mal besprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017